Der High-Hang-Score-Clean ist ein ideales Instrument oder Übung, um den Körperschwerpunkt auch schnell über das Setzen der Füße nach außen unter die Stange aneinander zu drehen. In der Ausgangsposition startest du mit Grabebrücken angehoben, erst einmal in der vollen Luftstreckung. Von daraus Schulterblätter nach hinten und unten, Knie leicht nach vorne aufrecht bleiben und Körper schieben. Von daraus geht es schnell in die Luftstreckung und dann auch ins Setzen der Füße. Schulter, Knie. Jacksletze, Schulter, Knie. Schulter, Knie. Viel Spaß!